Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir den Simon und im Moment ihr seht es ist das Overwatch Aufstands Event und ich habe 11 Lootboxen gesammelt. Mal wieder habe ich ein bisschen gespielt, an meinem Rank hat sich nicht viel geändert, ich bin jetzt fast 2000, ist halt immer noch, ja geht so, aber ich habe auf jeden Fall Spaß beim Spielen. Ich bin diesmal wieder alleine, vielleicht stoßt später noch der Lawrence dazu, aber zeitlich ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt neue Skins, ihr seht schon im Hintergrund den Mercy Skin, den ich tatsächlich unbedingt haben will, aber ich habe halt noch keine Lootboxen aufgemacht, weil ich mir das für die Folge immer spare, deshalb werden wir erst nach diesem Match, was wir gleich haben, erfahren, ob ich da vielleicht Glück habe und eine dabei ist, ein Mercy Skin. Es gibt auch noch andere Änderungen, Lucio wurde geändert, der hat jetzt einen größeren Heilkreis und sowas, oder ne, der hat jetzt einen anderen Heilkreis und heilt glaube ich mehr in der Gruppe. Seine Schüsse sind übrigens voll schnell und so, trotzdem ist es nicht so der Charakter, den ich spiele. Ähm, und ja genau beim Rank wurde ein bisschen was geändert, es gibt jetzt so seltsame Prozentzahlen beim Einnehmen und sowas, das ist so, alles, so kleine Änderungen haben die reingebracht, ich finde es toll, dass sie so aktiv sind, Blizzard. Ähm, und das Aufstands-Event, äh, kennt ihr ja vielleicht schon, das ist so ein, äh, Arcade-Game, was man spielen kann, das habe ich sogar, äh, schon mal auf, äh, Experte mit Lawrence und so geschafft und wir haben so eine kleine Gruppe damit das gemacht, das hat ein bisschen lang gedauert, aber wir haben es einmal auf Experte geschafft, das ist ganz cool, aber ansonsten, äh, ja, verliert das halt den Reiz nach einer Zeit. Äh, was aber nie den Reiz verliert wird, werden Rank-Folgen sein und genau deshalb, äh, höre ich jetzt mal auf zu labern und wir sehen uns gleich im Match, wie, äh, ja, wie immer, gleich im Match, bis gleich, tja. Da sind wir wieder, wir spielen auf Oasis, oh, weia, äh, was spiele ich denn hier drauf, normalerweise spiele ich auf solchen Maps gerne den Affen, haben wir aber letzte Folge schon mal gespielt, was könnte ich spielen, wir schauen mal, was unser Team so pickt, okay, Heilung haben wir schon ein bisschen, den Affen haben wir auch, was haben wir denn so, oh, im Gegenteam haben die Dreier-Premates, aber wir haben dafür Leute, die übel einen hohen Level haben. Hm, spiele ich Reinhardt, Reiser vielleicht sogar, Reiser ist eigentlich ein ganz guter Tank, vielleicht spiele ich auch Heal, Anna habe ich richtig lange nicht mehr gespielt, spielen wir mal Anna und versuchen, was mit der zu reißen, reißen. Ich habe übrigens in dieser laufenden Season, habe ich bereits mehr gespielt, als in meiner gesamten Schnellsuche, was ein bisschen krass ist, ich spiele echt nur Ranked, ich spiele kaum Schnellsuche, irgendwie Ranked ist halt, da sind die Leute halt immer am Tryharden, deshalb verstehe ich, deshalb habe ich nicht so viel Lust auf, äh, Schnellsuche, das, habe ich nicht das Gefühl, dass mir das irgendwas bringt, da irgendwie zu gewinnen oder zu verlieren, hallo. Äh, genau, deshalb bin ich immer Ranked. So, mal gucken, ob wir was reißen können. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Team, ne, das Soldier und Junkrat ist auch, bin ich auch eigentlich ein großer Fan von, den muss ich auch eigentlich mal spielen, ne. Junkrat habe ich auch noch nicht gespielt. Oh, weia. Kommt da jetzt einer von der Seite? Oh, weia. Oh, von der anderen Seite kommen auch Leute. Okay, den konnten wir healen. Und wer ist denn da? Ist das ein Lucio oder wer ist da? Scheiße, der ist tot. Und sah rein, er ist tot, oh, wie blöd. Zack. Ja, mit Ender ist es so ein bisschen kompliziert, man braucht halt Aim dafür. Aber immerhin braucht man für die Kugel keinen Aim. Okay, ich bleib erstmal hier. Oh oh. Können wir die bursten? Nee, da hat keiner drauf geachtet, so wirklich. Okay, die... So lange haben... So weit haben wir noch den Punkt. So, ich halte mal die Mercy ein bisschen. Komm hier immer so ganz komisch von hinten. Ah, fuck. Uh, Alter. Das war knapp. Aber die Mercy war ein bisschen low. Wer greift durch da an? Wer ist das hier immer? Scheiße. Das war nicht weit genug. Tja, wir halten noch den Punkt, wa? Sieht nicht mehr gut so aus. Aber gleich spawnen unsere Leute eigentlich wieder. Sollte sie auf jeden Fall. Treffe echt nicht viel. Aber immerhin kann ich spammen mit dem Champ. Ich bin, glaube ich... Ich wäre, glaube ich, tatsächlich usefuler als... Oh, weia. Ich wäre, glaube ich, usefuler als ein Lucio, weil er jetzt einfach neuerdings übel krass ist. Aua. Oh, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das wird deren Punkt sein. Tja. Ich bin halt echt... Ich gucke mal, wie wenig Schaden ich gemacht habe. Anna habe ich echt gerade keinen Skill für. Ich werde wechseln auf Senyatta. Ich habe ja auch angekündigt, dass ich mal ein bisschen mehr wechseln werde. Und das wird damit jetzt auch passieren. Einfach, weil... Man kann natürlich mit... Man kann natürlich mit... Mit Anna viel mehr heilen. Wenn man halt seinen Scheiß trifft, ne? Das ist bei mir leider nicht der Fall. Habe ich eingesehen. Deshalb benutze ich... Einfach Senyatta. Es gibt halt auch... Von der Map her unterschiedlich, ob man seine Sachen gut treffen kann. Hier zum Beispiel... Also manchmal stehen die Leute so gegroupt, da kann man eigentlich nur treffen. Oh Gott. Scheiße. Ah. Fuck, der hat mich erwischt. Manche Maps habe ich das Gefühl, kann man mit Anna einfach... Da stehen die Leute viel mehr gegroupt. Da kann man die besser treffen mit ihren Hallsachen. Ich habe Anna übel viel gespielt auf diesem Account. Also auf... Ich habe ja nur einen Account. Scheiße. Ähm. In dieser Season habe ich richtig viel Anna gespielt. Das ist echt krass. Ich habe neun Stirn Anna oder so. Oh lol. Die haben wir gekillt. Der Affe braucht Heilung. Scheiße. Fuck ey. Ah, da stand ich richtig blöd. Da stand ich richtig, richtig blöd. Wir haben am Anfang ganz schön... Ha. Alter, er hat drei, drei Leute getötet. Wir haben am Anfang ganz schön dämoniert, aber mittlerweile... Irgendwie stehe ich mega... Sitze ich mega schief. Ganz geil. Komisch. Jetzt habe ich sogar mehr als wir. Oh, da ist einer. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Ich habe meine Ulti. Ich nutze sie einfach. Oh, der konnte Leute bursten. Da bringt meine Ulti natürlich gar nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt bin ich der einzige Healer. Die Mercy ist, glaube ich, tot. Fuck. Boah. Ach. Hm. Es sind noch Leute da, aber die brauchen halt unbedingt Kiel jetzt, ne? Und ich bin nicht da, weil mich dies... Wer hat mich eigentlich gekillt? Scheiße. Ah, wie ärgerlich. Das ist ärgerlich. Vielleicht wird die Runde ja doch noch was. Wir schauen uns das mal an. Hm. Ihr seht jetzt oben links auch meine FPS. Das habe ich selber einmal eingeschaltet, um zu gucken. Weil manchmal habe ich ganz seltsame Drops, die mega komisch sind. Die ich auch nicht wirklich verstehe. Hm. Wissenschaft allein den Pfad zur Erleuchtung. Wissenschaft allein den Pfad zur Erleuchtung. Das hört sich komisch an. Aber gut. Eigentlich wie wir die am Anfang dominiert haben, ne? Wir versuchen einfach als Healer ein bisschen Wolf zu sein. Mit Zenyatta. Oh, war ja. Der steht auf Punkt. Lol, unser... Das war schon tot. So, ich kann dir natürlich kein Heal geben. Oh Gott. Kann ich bitte... Ey! Holy shit, Alter. Wie ich den nicht erwischt habe. Mit meinem scheiß Heal-Ding. McCree von denen ist auch echt nicht bad. Mercy hat das Schadensteil von mir gerade bekommen. Ich lasse es aber erstmal auf den Tank. Boah, wie viel Damage die den gemacht haben. Alter. Alter. Boah, der Burst. ist ja okay. Super. Oh, war ja. Oh, wie hat der das überlebt. Holy shit. Der das überlebt hat. Das wäre nice, wenn wir den noch kurz vorab holen könnten. Wir haben jetzt einen Genji. Oh, ich muss weg. Oh, ich muss weg. Oh, gut. Ich werde geheilt. Oh, der Tank hat das Tank. Ich halte einfach. Ich halte einfach. So. Den McCree haben wir. Durch ein bisschen Spam haben wir den bekommen, glücklicherweise. Oh oh. Okay. Unser Punkt. Oh, da habe ich ein bisschen zu hoch gezählt. Oh, nö. Oh Gott, oh Gott. Alter. Scheiße, der scheiß Lucio, ey. Ich habe mich alles gerade gekillt. Das war eine nice Ulti. Oh, war ja. Ach, nö. Alter, die hat halt wieder so viel Damage, Alter. Guck mal, die hatte nur 30 Aufladungen. Wie mich weggewurzelt hat. Da musste noch was anderes mich getötet haben, oder? Das war nicht nur die, äh. Das war nicht nur die, äh, äh, Saria. Davon bin ich überzeugt. Oh, er ultet einfach. Tja, er hat den Healer getötet. Ach, komm. Alter. Der ist fast gestorben. Müssen wir den Punkt einfach so bekommen. Oh Mann, ey. Fuck, ey. Ich wollte noch ulten. Oh. Wie schnell ich auch sterbe, du bist deine Ulti. Ich habe wohl übel oft den McQueen der Runde schon gekillt. Voll witzig. Der bewegt sich irgendwie sehr langsam. Oh, weia. Ich habe Ulti. Die müssen ihn am Leben halten. Scheiße. Scheiße. Oh, nice. Wir sind einfach wiederbelebt. Okay. Töten. Alle wurden wiederbelebt. Okay, ich habe dir Healerin das Ding gegeben. Sie ist aber trotzdem gestorben. Oh, lol. Ich konnte Leute finishen. Der hat noch Ulti. Aber er kann ihn nicht töten, lol. Oh, der ist schon wieder der Roadhog. Ja, der Roadhog kann jetzt Leute töten. Fuck, ey. Das ist mega knapp. Oh, no. Oh, no. Ich werde einfach die Verlängerung rausholen. Fuck. Alter, der Damage. Lol, ich habe... Oh, Leute. Meine Leute töten alle. Oh, mein Gott. Nice. Er ultet einfach, lol. Kann ich wechseln? Oh, Gott sei Dank. Wir haben das gewonnen. Oh, das war ultra knapp. Das war mega mies, dass ich noch gestorben bin. Aber der Rainer hat, glaube ich, übel viele dann getötet. Das war krass. Die Saria kann mich so rausnehmen. Das ist ultra unlucky, ey. Ich habe echt nicht viel Impact. Ein bisschen Damage könnte ich machen. Heilen könnte ich auch. Geht eigentlich. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel Impact habe. Das ist auf jeden Fall der Fall, ey. Ach ja, gucke ich mal auf mein Handy, ohne dass jemand das mitbekommt. Haha. Lawrence muss gerade kochen helfen. Vielleicht ist er gleich dabei an den Aufnahmen. Und in der nächsten Folge könnte es sein, dass er dabei ist. Aber wer weiß das schon. Bei Lawrence ist das eigentlich... Vielleicht ist er auch nicht dabei. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Okay. Go, go, Gadget. Wir haben ganz schön viel Damage, ne. Wir haben nur einen Tank. Das ist echt ein bisschen komisch. Oh weia. Oh oh. Alter. Hier ist er. Oh Gott. No. Ich hätte zu Messi rennen sollen. Ich wollte hinter das Reinhardt-Shield. Und dann muss er nachladen. Nicht mehr so low. Ach, dieser Scheiß McCree, ey. Aber wir sterben gerade alle. Ich verstehe nicht, warum ich so ultra schief sitze. Ich weiß nicht. Irgendwie stört mich das bei der Kamera. Vielleicht habe ich auch nur Paras. Wahrscheinlich habe ich nur Paras. Der soll sich erst mal verpissen, ey. Boah. Okay, wir sammeln uns die gerade. Kann ein bisschen Spam. Jetzt sollten wir den da oben mal angreifen. Okay, den haben wir gekillt. Oh, ich habe den Messi, glaube ich, das Schildding gegeben. Oh oh. Oh oh. Heilung. Okay. Ich hätte schon eher ulten können. Dann wäre der Junkrat nicht gestorben. Loy. Okay. Aua. Der steht auch die ganze Zeit da oben, der Soldier, ne? Steht auch echt die ganze fucking Zeit da oben. Oh oh. Okay, der Junkrat hat ihn. Oh, wir haben eine Diva. Soweit gefällt mir das hier. Wir spielen gut zusammen. Haha, die Messe getötet. Alter, der Typ will das wissen, ey. So. So. Wir können unsere Arbeit gut erledigen. Habe ich immer Gefühl. Oh leil. Oh leil. Das ist ein bisschen zu YOLO für mich. Wir sollten nicht so YOLO gehen. Okay, sie gehen auch wieder zurück. Haha. Da konnten wir einen bürsten. Ja, das Heil-Ding. Oh. Oh weia. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, ob meine Ulti so gut war. Den will ich, alle. Haha. Der Wichser. Oh no. Hey, guck mal. Immerhin kann ich den McCree killen. Das ist doch schon mal not bad. Meine Heilungswerte sind auch nicht so schlecht. Trotzdem haben wir das Ziel verloren. Die Messe konnte, glaube ich, nicht ulten, ja. Die ist leider gestorben, bevor die uns alle ulten konnte. Warum haben die Gegner so viel Prozent? Lol. Ich habe das Gefühl, dass wir die eigentlich ganz schön doll fertig machen. Ich habe übel wenig Leben. Auf Feuer. Oh, die Messe konnte nicht ulten. Nein. Da hat er mir eiskalten Hellier verpasst. Oh. No. Kommt nur noch einer drauf. Ah. Ich habe das Gefühl, wir haben das Ziel übel lange gehabt, ey. Vielleicht haben wir auch ganz lange einfach nur um das Ziel gekämpft. Ich sollte nicht während der Aufnahme auf mein Handy gucken. Das lenkt zu viel ab. Wie lange das Match schon geht, ey. Voll krass. Ich werde aber eigentlich... Ich glaube, mein Healer ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich könnte natürlich Lucio spielen. Aber ich bin halt... Ich kann Lucio nicht so. Ich bin auch nicht so der Fan von Lucio. Wenn ich den im Team habe, dann finde ich das ganz cool als Tank. Aber so spielen möchte ich den jetzt eigentlich nicht. Scheiße, das ist schon das letzte Match für die. Oh, war ja... Wir haben noch zwei Tanks. Alles gut. Reinhardt ist nochmal ganz vorne. Oh, Alter. Wir haben drei Leute gekillt. Ich habe den McCree gekillt. Ey, dass ich den McCree kille, ist ja echt Standard schon fast. Scheiß McCree, ey. Oh, nice. Wir haben ihn killen können. Den scheiß Lucio. Hallo. Alter. Den hat der rangezogen, ey. Zack. Ich glaube, dass wenn das so ein bisschen lauter ist, das Geräusch, dann ist das Headshots, die ich da verteile, oder? Oh, oh. Oh Gott. Okay. Alter. Die will ich heilen. Okay, er hat das 101 gewonnen. Alter, bin ich low. Oh Gott. Dieser Typ ist so nervig, ne? Upsula. Jetzt habe ich aus Versehen geholzelt. Oh nein, das wäre echt aus Versehen. Aber ich konnte ein bisschen was heilen, ne? Ja, warte. Die nehmen unsere Punkte ein, Leute. So, die will ich heilen. Okay. Sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ey, das Damage-Ding. Ja, okay, nice. Er ist tot. Das Damage-Ding ist halt echt übel gut. Schon wieder der McCree, ne? Übel der nervige Kack-Jam. Okay. Kann ich gut noch schnell ein Damage-Teil verteilen. Wobei er ihn, glaube ich, sowieso gewonnen-shotted hätte. Warten wir mal den Junkrat. Wenn wir hinten stehen bleiben, ist übel gut. Die haben 0%. Übel gut. Die haben Farrah eine neue Synchronsprecherin gegeben, ne? Gott, wo ist er denn? Oh, Leute, jetzt schämen wir alle. Können die wiederbeleben? Okay. Ja, ich habe den McCree getötet. Der scheiß McCree, ey. Wird durchgehend von mir getötet. Mega lustig. Von hinten kommen die jetzt. Okay. Die habe ich gerade abbekommen. Leute, die haben den Punkt. Seriously? Wie haben die den denn bekommen? Wir waren einfach nicht drauf, oder wie? Oh, weia. Damage. Damage. Oh. Leben. Okay. Leben. Leben. Ey, im Moment mache ich einen ganz guten Job, muss ich sagen. Der McCree! Oh. Schade. Guck mal. 15. 15.000 Heilung. 2 zu 2. Es wird echt spannend noch. Am Anfang sah es echt so aus, als würden wir einfach nur verlieren, aber jetzt wird es spannend. sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh man, ich freue mich schon auf meine Kisten. Das sind ja die Aufstandsisten, ne? Ich glaube, das Game wird hier auf jeden Fall gezeigt. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Weil es einfach spannend war. Dann zeige ich Games ja auch immer, ne? Auch wenn wir am Anfang, muss ich sagen, echt ein bisschen reingesuckt haben, aber jetzt gerade zum Beispiel war das ja echt gut, unsere Performance, ne? Bin ich sehr zufrieden mit. Ist halt das erste Match, was ich heute spiele, ne? Darauf schiebe ich mal, dass ich erst reinkommen musste. Also, die Map hier hatten wir verloren gerade, ne? Ja. Ich finde den Reinhardt-Skin nicht so cool. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Fan, seine Waffe ist cool, aber lol. Aber ansonsten gefällt mir nicht so wirklich was an dem Skin. Es gibt auf jeden Fall coolere. Wer ist tot? Der McCree. Warum frage ich überhaupt? Oh, die dürfen mich hier nicht entdecken. Okay. Das ist der Rotor. Den muss man... Rotor, das Damage, den Game ist übel gut. Okay, treff mich nicht, treff mich nicht. Ah, fuck. Ah, die hat mich... Ja, das war blöd. Die macht doch so viel Damage an mir. Das ist schon ein bisschen bescheuert. Die haben aber Ulti. Okay, Mercy. Kann die Leute heilen? Ah, wurde getötet vom Lucio. Scheiße. Ah, Gott. Oh, Gott, ey. Wir haben den Affen jetzt, ne? LOL. Der kam von oben. Der Soldier ist die ganze Zeit da oben. Das war der letzte Runde auch schon. LOL. Von wo ist der denn runtergefallen? Der ist einfach vom Himmel gesandt, ey. Oh, jetzt hinten ist er aber gerade wieder. Der Rotor macht auch echt einen guten Job. Ja. Der einer ist Ducktales einfach. Haha. Unser Junkrat. Scheiße. Ich hätte aber auch die Mercy getötet, witzigerweise. Ja, ich glaube, ich mache wirklich ein lauteres Geräusch, wenn ich Headshots verteile. Oh. Immerhin hat das Reiner Schild mich gerettet. Die haben immer noch den Punkt, ne? Scheiße, ey. Das ist blöd. Ich hätte, glaube ich, ulten können, um mich zu retten, aber... Das wäre auch Run-Wurf gewesen. Scheiße, wir hätten dabei ein paar getötet, ey. Ärgerlich. Okay, der ist tot. Ah, fuck. Ach, der McCree, der ist echt nicht so gut aus dem Gegner-Team. Der hat mich gerade noch so erwischt. Der Affe braucht Zucker. Scheiße. Ach, komm. Ich hoffe, das war's wert. Ich wollte mich halt jetzt auch selber retten. Scheiße. Ich wollte die Verlängerung auslösen. Ach. Messi hat keine Ulti gehabt. Drei Tanks, yay. Geist das Ziel ab. Geist das Ziel ab. Geist das Ziel ab. Ah. Ah, scheiße. Das haben wir echt verloren. Ah. Das ist echt traurig. Dabei, mhm. Ich weiß, es ist zum Schluss gegen, so wie ich gespielt habe. Ich bin oft gestorben. Aber beim zweiten Match jetzt, oder beim... beim, den davor war, das ist eigentlich echt gut. Fand ich. Das haben wir auch gewonnen, ne? Oder? Ich glaube schon. Alter. Haha. Okay. Tja, schade. Das konnten wir nicht, äh, gewinnen. Leider. War aber trotzdem ein spannendes Spiel. Ähm. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch Lootboxen aufmachen. Guck mal, ich bin schon fast... Ich bin Level 89, ey. Ich bin schon fast Level 90. Über gut. Jetzt kriegt man nochmal eine Lootbox. Alle Lootboxen, die ich jetzt bekomme, sind halt diese Aufstands, äh, Aufstand, heißt das, glaube ich, ja, Aufstand-Lootboxen. Ist eigentlich immer gut. Ich bin ein bisschen gedroppt. Ist halt ein bisschen unlucky. Alter, die Folge ging 30 Minuten jetzt fast. Alter Schwede, das war echt ein langes Match. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Lootboxen auf. Ähm, um uns von dieser Niederlage zu erholen. Aufstand-Lootboxen, genau so heißen die. Oh, die sehen ja cool aus, wenn die sich öffnen. Okay, da war noch nix. Brauchen unbedingt legendäre Skins. Zwei liedernde Sachen. Okay. Vorschau. Mein Baby. Oh mein Gott. Die Zeiten, die die miteinander erlebt haben. Oh, das ist ja voll bescheuert. Oh! Oh Gott. Das ist ja gar kein neuer Skin. Sibirische Front. Scheiße. Warum ist das in der Aufstands-Lootbox drin? Okay, da war auch nix. Okay, ich werde eine noch aufmachen. Scheiße. Nichts legendäres. Einige Funktionen sind noch in der Beta-Phase. Sehr gut. So, ich würde sagen, die letzten sechs, die... Ach ne, sieben Lootboxen? Ach guck mal, das stand da falsch. Ach ne, wir können noch eine normale aufmachen. Können wir noch eine normale aufmachen. Yay. Nichts. Ja, die letzten... Die anderen sechs machen wir im nächsten Game auf. Schade, ich habe sowas legendäres bekommen. Aber nicht das, was ich will. Ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.